Musik Wenn der Raps auf den Feldern blüht, dann zieht es Jörg Owens ans Meer. Sein Zielfisch zu dieser Jahreszeit ist der Hornhecht, der nun in teils großen Schulen vor der Küste patrouilliert und gerade an leichtem Spinnengerät tolle Drills liefert. Und leicht ist heute genau das richtige Stichwort. Moin, liebe Füßenfangleder, wir sind heute in der Ostsee und wollen Hornhechtangeln UL veranstalten. Eine super weiche Rute, die Schorte hier mit 1 bis 2 Gramm Wurfgewicht, ganz dünne Leine, ganz leichten Spiro. Und ich habe diverse Köder dabei, sprich Tauwürmer, getrocknete Kneifer, Bienenmaden, Powerbait und so weiter. Und dann wollen wir mal gucken, mit welchen Ködern wir hier heute in ein paar Hornhechte verhaften können und welche Köder am besten geht. Und ich bin jetzt hier im Angeln mit einem kleinen Tauburmstück, bei dem Köder vertraue ich jetzt erstmal, um zu gucken, ob hier Hornhechte sind. Gestaltet sich bisher nicht ganz einfach, keine Oberflächenbewegung. Ich hoffe nicht, dass sie schon abgehauen sind. Aber Taubwürmer nur um zu gucken, ob sie da sind, sicherer Köder. Und dann werden wir gleich mal rumspielen. Aber spielen kann ich erst, wenn ich weiß, dass da auch welche sind. Dann finde ich das ganz schwierig. Mal gucken, ob das geht. Wir werden vielleicht nochmal zurücklaufen müssen, um irgendwo einen Schwaben zu finden. Und die Hornhechte, die stehen ja immer über den dunklen Wasser. Auch ein Ligras haben wir hier. Aber keine Bewegung. So, ich fische jetzt hier eine 006er Schnur. Obwohl eigentlich Tüttelkram über Durchmesser zu reden. Das ist eine Schnur, die trägt so sechs Kilo. Wurfgewicht habe ich da drauf, ein Spirulino von fünf Gramm. Der schwimmt, der steht auch da draußen. Den kann man also ganz gut sehen. Ich brauche jetzt im Augenblick eigentlich gar nicht weiterkurbeln. Vielleicht habt ihr das ja gesehen. Ich wollte ein bisschen angeben, wie weit ich jetzt werfen kann. Also so 40 bis 50 Meter kann ich erreichen. Habe ein bisschen doll durchgebugelt. Mir ist nicht wie der Köder abgeflogen gerade. Aber ich mache das gleich nochmal. Ich wollte es ja auch nur erklärt haben. Das heißt, fünf Gramm. Die Rute hat bis drei. Wenn man das mit Gefühl auflädt, geht das? Kann die das ab? Im Gegensatz zu Jörgs Ultraleichtrute verkraften die Tauwürmer die Würfe nicht ganz so gut. Und so wechselt Jörg kurz darauf auf einen etwas zäheren Köder. Die getrockneten Ringelwürmer, die nimmt man einfach aus der Packung. Die haben ein Hammeraroma. Und legt sie einfach in so ein bisschen Wasser ein. Das dauert ein paar Minuten. Dann werden die, ja, von der Konsistenz her super gut. Und halt ein fantastischer Magen, kann man richtig gut Schiffe mitfangen. Braucht ein guter Tipp für den Platzbuch. Der Griff zum Seeringelwurm entpuppt sich schon bald darauf als echter Erfolg. Schließlich dauert es nicht wirklich lange, bis sich der erste Hornhecht damit überlisten lässt. Das ist er. Auch ein Ringelwurm hatte ich kurz vor Augen Biss. Vielleicht könnte der getrocknete Ringelwurm uns hier heute retten. Nein, nicht uns, mich. Den Wurm kann ich noch mal verwenden. Und den werde ich erst noch mal raus treten in die Ostsee. Weil zwei Bisse, ein Fisch. Mal gucken, was da passiert. So, UL-Angeln. Man könnte natürlich auch eine härtere Rute nehmen. Kann man noch ein bisschen weiter werfen. Aber wenn die Hornhechte da sind, kann man ja schon ein paar fangen. Und es bringt einfach mehr Spaß. Die Rute ist weich. Die federt das gut ab. Und man verliert auch weniger Fische. Weil beim Hornhecht-Angeln gehen ja in der harten Rute schon viele Fische verloren. Und passiert hier nicht so leicht. So, Zauberwurm war der Start. Habe ich gedacht, sichere Nummer. Weil, kenne ich ja gut. Aber der getrocknete Kneifer, der läuft. Der fängt Fische. Ich bin begeistert. Und langsam entwickelt sich jetzt auch die Mahlzeit. Auch beim nächsten und letzten Fisch des Tages beweist der Seeringelwurm wieder einmal seine Fängigkeit. Und obwohl Jörg diesen Fisch leider nicht landen kann, ist der begeisterte Küstenangler sehr zufrieden. Weg ist er. Aber, ich würde sagen, Abendessen haben wir fertig. Hat total Spaß gebracht. Mit der feinen Rute kann ich euch nur mal empfehlen. Müsst ihr machen. Das ist viel mehr Fun. Und, äh, ja. Abendbrot steht. Und, getrocknete Rängelwürmer funktionieren. Leichter Spiro. Einfach mal machen. Bis nächstes Mal. Servus. Spiro. Vielen Dank.